Diese Sendung wird ermöglicht durch GNU-Software. Willkommen zur Episode 5 von GNU-Funst. Wir haben uns auch mal vor so einem Greenscreen gesetzt. Genau, einen tollen modischen Raumkrenner hinter uns. Genau, wir brauchen unbedingt mal dieses Feeling. Ich hoffe, unser Techniker kann damit umgehen und kann uns jetzt in einen tollen Hintergrund reinzaubern, der nicht so verschneit ist wie draußen und merkt schon was? Fühlt sich wärmer an. Das muss an dem Stoff liegen, der den anderen Teil des Raumes isoliert. Wir reden wieder über GNU-Linux und andere freie Software und erstmal über ein GNU-Linux, oder? Genau, über ein richtiges GNU-Linux namens Musix. Du klingst ja, als wär's was für Musiker, nicht? Genau. Und das war eine von den Kern-Versionen mit dem Tasmanischen Teufel. Schon ein bisschen her muss es dann sein, aber der Bootscreen ist ganz schick eigentlich. Das GNU-Linux ist auch ein bisschen präsenter als bei anderen Distributionen. Das ist das Gefühl mir auch so sehr, ja. Wie ihr seht, ist es Debian-basiert und ein KDE-Distab kommt hoch. Wahrscheinlich ein 3er. Ein 3er KDE, doch, würde ich definitiv. Genau. Ja, mit Startup-Tipps. Und das Windows 7 sehen wir auch. Da fühlen sich irgendwie die meisten Musiker, denen man das jetzt irgendwie so in die Hand drückt, fühlen sich da nicht ganz so erschrocken, wenn sie das zum ersten Mal booten. Da muss jetzt eigentlich Ardor drauf sein, oder? Genau, Ardor ist auch drauf. Irgendwie muss man Leute erschrecken. Genau. Und die haben es auch schön integriert. Also mit dem Start-Skript wird auch gleich Jack gestartet. Ach, das ist gut. Genau. Mal gucken, ob es auch funktioniert. Jack kommt hoch. Ob der erwartet. Und als nächstes Audio. Genau. Jack ist dieser Audio-Server, der sozusagen Audiodatenströme verweitet zwischen verschiedenen Applikationen. Und ich kann von einer Applikation an ein anderes senden oder so. Wenn er Musik macht unter GNU-Linux, dann wisst ihr das. Dann habt ihr den schon mal angefasst. Genau. Wir verwenden das auch, beziehungsweise unser Techniker verwenden das auch zum Beispiel um unsere Tonspuren. Wir haben so ein paar ganz nette Tools oben in der Leiste. Ja. Also da ist irgendwie, ich sehe gleich die Pegel von allen Mixern. Kann man da direkt in den Pegel eigentlich? Okay. Ja, direkt den Pegel kann man nicht ändern, glaube ich. Nee, aber okay. Aber man sieht gleich, wo die Lautstaben stehen und okay. Genau. Ja, ich glaube an Musix 3 wird noch gearbeitet und dann geht sowas vielleicht auch. Ist natürlich nicht nur für Musik, ist es auch für alles, was so ein Linux eben, was darauf zu installieren ist. Genau, ich habe so ein paar Presets von Desktops gleich, je nach Aufgaben, die ich mir gerade vorgenommen habe für den Tag. Was haben wir noch? Jetzt haben wir einen Office-Desktop und wir haben einen Musik-Desktop, haben wir schon gesehen. Okay, noch mehr Musik, Internet. Und das ist halt schön sortiert, so ein bisschen menüartig, bloß als Desktop. Also ist eine schöne Idee, muss ich sagen. Okay, und das kann ich einem Künstler in die Hand drücken? Das, genau. Der kann ganz, ganz viele tolle freie Medien produzieren? Genau, und die möchte er möglichst frei bezahlt bekommen, also mit freier Software bezahlt bekommen. Das wäre natürlich dann auch noch geil. Ach, das war eine Überleitung, oder? Ja, die haben wir gut hinbekommen. Nämlich zu unserer Desktop-Applikation des Monats. Genau, und das ist diesmal Bitcoin QT, also eine QT-Anbindung. Die mit Bitcoin zu tun hat, mussten wir jetzt auch mal in den Mund nehmen, das Wort. Nachdem es so ein bisschen aktuell war, ja, Bitcoin ist eine elektronische Währung in einem verteilten Netzwerk. Das heißt nicht, dass euer Geld verteilt wird oder so. Ihr könnt immer noch, also ihr werdet, ihr könnt Bitcoins haben und ihr könnt damit reich werden, ihr könnt damit arm werden, ihr könnt in schlechte Aktien investieren. Der Punkt von Bitcoin ist, dass das ein verteiltes Netzwerk ist, dass ich keine zentrale Autorität dazwischen habe. Das Gate wird, also Währung oder Tauschmittel werden im Netzwerk ganz langsam ausgeschüttet. Das ist ganz interessant, sich das anzugucken. Dazu könnt ihr das Paper lesen auf Bitcoin.org, Bitcoin.it. Beide Seiten sind da relativ populär. Die Wirtschaftler sagen, denen gefällt das. Die Kryptografen sagen, denen gefällt das. Also das ist schon irgendwie in Forbes und Money und so aufgetaucht. Und die Kryptografie, das kann man sich halt auch selber durchlesen. Aber Bruce Schneier hat ihm, glaube ich, schon irgendwie einen Segen gegeben, dass das eigentlich ganz gut aussieht. Und Dan Kaminski seinerseits hat dem Code den Segen gegeben. Der meinte, dass das fehlen ganze Fehlerklassen, was man da falsch machen kann. Und vor allem, das Schöne ist, wir haben Public-Private-Key-Kryptografie. Also das heißt, eure Brieftasche wird durch einen privaten Key dargestellt. Also es kann nicht in den Start kommen und sagen, die Hälfte von eurem Bankkonto wird jetzt gepfändet oder sowas. Sondern das habt ihr selbst auf der Festplatte. Da müsst ihr auch selber drauf aufpassen und das selbst backuppen. Genau. Und das Gegenstück ist natürlich der Public-Key. Und das stellt so eine Art Kontonummer dar, so eine Art Adresse, an die man Geld schicken kann. Oder eben an seine eigene auch Geld bekommen kann. Also Bitcoins in dem Fall. Und was wir jetzt mal probieren wollen, ist von meinem Handy. Es gibt natürlich auch zahllose Android-Applikationen. Wir haben jetzt die vom, die heißt direkt Bitcoin, glaube ich, von Schildbach. Ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt. Von Andreas Schildbach. Also wenn ihr irgendwie schon die Öffi abbenutzt oder so, dann habt ihr schon mal was von dem Entwickler in der Hand gehabt. Das ist so eine der ältesten Bitcoin-Implementierungen für Android. Es gibt da verschiedene Ansätze. Das ist zum Beispiel eine, die richtig Bitcoin spricht. Also die sich wirklich die ganze Transaktionsdatenbank zum Beispiel auf das Telefon zieht und selbst überprüft. Und andere Applikationen machen das nicht. Die verlassen sich dann aufs Netzwerk oder auf irgendeinen externen Server oder sowas. Gucken wir mal. Genau, um diese Kontonummer, diesen Hashen nicht abzutippen, kann ich mir den natürlich QR fotografieren. Das mache ich jetzt mal. Da gibt es hier eine schöne QR-Taste. Das ist besonders schick für so Transaktionen über die Ladentheke. Dann seht ihr das halt hier jetzt, also vielleicht, aber ihr seht es dann hoffentlich auch auf dem Rechner. Habt ihr so gut? Sende das jetzt. Oh ja, mach mal. Ohne Gebühr senden. Genau. Und das geht auf die Reise. Und jetzt ist da natürlich noch ein technischer Hintergrund. Das kann jetzt bis zu 10 Minuten dauern. Genau, also es geht zentrale Idee hinter dem Bitcoin-Protokoll ist, natürlich, ich kann digital signieren, ich gebe dir jetzt 0,5 Bitcoin oder sowas und kann das erzählen und dann kann ich kommen und jemand anderem erzählen, dem gebe ich auch 0,5 Bitcoin. Genau. Der Broadcast kommt natürlich schon eher. Also es ist jetzt hier schon zu sehen. Die Idee hinter diesem ganzen Bitcoin-Protokoll ist überhaupt, dass ich eine Blockchain habe, dass das ganze Netzwerk Transaktionen kryptografisch signiert und das ganze Netzwerk braucht dafür Rechenzeit. Das ist so. Ja, deswegen dauert es. Deswegen weiß ich jetzt schon, dass Bitcoins empfangen sind, aber die sind vom Netzwerk noch nicht bestätigt. Das kann ein paar Minuten dauern. Bei großen Transaktionen kann man sich dann mit einem Kaffee da hinten hinsetzen, bei kleinen Transaktionen über die Ladentheke. Habe ich auch schon gemacht. Es gibt in Berlin den Room 77, glaube ich. Und es ist halt wirklich ein Burger-Restaurant, wo man Burger mit Bitcoin bezahlen kann. Geht auch. Also, okay, ich würde sagen, wir warten jetzt nicht, bis das wieder ankommt. Genau. Ich werde es dann, Paul, auf jeden Fall wieder zurückgeben, weil diese 0,1337 Bitcoins, die habe ich geliehen bekommen, wenn man so möchte. Und mittlerweile sind die richtig was wert. Ja. Und ja, dann seht uns wieder in den News. Am 27. März fand der Document Freedom Day statt. Der fand weltweit statt, also ausgerichtet oder ausgerufen von der Free Software Foundation Europe. Und wir hatten nicht nur ein Europa-DFD-Event, sondern Free Software-Gruppen auf der ganzen Welt. Sogar in den USA und sogar in Asien, Afrika, Südamerika haben Veranstaltungen zum Document Freedom Day ausgerichtet. Die Taz wurde im Zuge dessen hier in Berlin ausgezeichnet mit dem Free Document Award oder Document Freedom Award, weil sie E-Books oder ihre Taz, ihre Tageszeitung, halt in allen andenklichen elektronischen Formaten bereitstellt. Auch frei und vor allem auch DRM-frei, also freie elektronische Formate. Zum Document Freedom Day selbst gab es im Europäischen Parlament einer Veranstaltung, ausgerichtet von den Europäischen Grünen. Da hat auch Carsten Gerloff gesprochen. Es gab in Rio de Janeiro ein Event, zu dem gibt es ganz nette Fotos eigentlich. Also, ja, das ist so das Team aus Brasilien. In Albanien gab es Veranstaltungen zum Document Freedom Day. Ich gehe so ein bisschen die Fotos durch, die es gab zu den verschiedenen Veranstaltungen. Und das hier war, glaube ich, in Indonesien. Und um nochmal auf die Karte zu kommen, also wir hatten eine ganze Menge und die finden auch immer noch statt. Also, das heißt, der 27. März war zwar der offizielle Document Freedom Day, aber einigen Gruppen werden an anderen Tagen und werden auch noch in Zukunft Veranstaltungen dazu haben. Das heißt, wir haben immer noch einen Fotostream, der da reinkommt und vielleicht können wir sogar noch mehr zeigen. Oder ihr könnt das einfach selber verfolgen. Also, documentfreedom.org ist halt die Seite, die sich damit beschäftigt. Genau. Kommen wir wieder mal ein bisschen zu etwas klassischeren Nachrichten. Nachrichten und... Genau. Wir werben nochmal auf, was wir in der letzten Sendung hatten. Genau. Neben Releases gibt es ja auch sozusagen Roadmaps. Und hier ist eine ganz faszinierende Roadmap, so mal grob skizziert, was Fedora so vorhat mit Wayland. Okay. Und ich war ein bisschen erschrocken und auch ein bisschen erstaunt zugleich, weil jetzt hat irgendwie diese Wayland-Entwicklung an Fahrt aufgenommen und man hat ambitionierte Ziele. Fedora 21, das dürfte um 2014 dann soweit sein. Vielleicht. Das ist das Quartal für die erste Hälfte, soll Wayland mit Gnome zusammen in Fedora der Standard sein. Und X11 nur noch, er wird noch verfügbar sein, ganz normal, aber mehr sogar weniger als Vorbeck. Ja, das, was Wayland, also soweit wie Wayland, das halt integriert nicht. Was meinst du, was soll ich drauf wetten? Wie? Auf das Release-Datum? Auf das Release-Datum. Naja, nee, ob es es überhaupt zu Fedora 21 schafft. Hallo, das weiter. Zu Wayland gibt es natürlich noch was anderes. Ein anderer Wayland-Entwickler, ein Wayland-Forker. Okay, passiert immer mal wieder in solchen Projekten. Also es gab halt jemanden, gut, das sagt jetzt natürlich das Wayland-Team, dass da ein Mensch irgendwie recht geradlinig in eine Richtung gedacht hat. Also okay, das Projekt nimmt Fahrt auf, es gibt sogar schon das Hoff nicht. Der wollte die Paracompus-Effekte nachbauen für Wayland. Ja, das kann er ja machen, aber er wollte das ganze Wayland dafür forgen und hat halt nicht losgelassen. Genau, und dann hat man ihn kurzerhand aus der ARC-Mailing-List einfach rausgeschmissen. Aber ich glaube, sein Git-Fork, auf GitHub findet man sein Projekt noch. Also insofern. Linus Torvalds kehrt zum geschmähten Gnome 3 zurück. Er hat ja mal gesagt, geschrieben, dass er mit Gnome-Shader oder dem Ganzen nichts mehr anfangen kann. Ja, wenn Linus Torvalds den Desktop wechselt, dann müssen wir natürlich darüber berichten. Genau, ob er denn tatsächlich gewechselt hat? Er hält zumindest das, was jetzt mit Gnome 3.8 kommt. Genau. Also was er gesagt hat, ist die Features, die halt bei dem Release-Umbruch immer mal wieder rausgeflogen sind, die kommen jetzt langsam wieder zurück in Gnome 3. Und es kommen noch ein paar dazu, oder? Genau, es kommen noch ein paar dazu. Was heißt zurück? Dieser Classic-Modus ist mehr oder weniger eine Mischung aus Extensions, die ab dem Gnome 3.8 dann verfügbar sind. Aber wer eben nicht den Classic-Modus verwendet, der hat natürlich viele andere Vorteile, wie zum Beispiel Gruppierungen von Applikationen in seiner Shell. Das haben Sie doch von Android abgeguckt. Die Suche haben Sie ein bisschen optisch aufgebessert und kann auch ein bisschen mehr anzeigen. Und man kann die Suche auch konfigurieren. Dazu gehört zum Beispiel auch, also im gesamten Settings-Bereich haben Sie viel gemacht. Und auch im Bereich Privatsphäre haben Sie viel gemacht, um Dinge einfach zu verbessern. Und eine, das wird so mehr oder weniger ziemlich hervorgehoben, eine neue Anwendung, Gnome-App. Ein Clocks heißt die. Die hat einen Alarm-Timer, also etwas sehr Rudimentäres. Das waren vorher nur so ganz coole Plugins, oder wie? Es gab unterschiedliche Entwickler, haben Extensions geschrieben für die Gnome Shell. Okay, also das war auch immer eins der Features, die bitter vermisst wurden. Genau. Dann wurde auch viel unter der Haube gemacht. Die Animationen, die Gnome Shell so mit sich bringt, wurden auch verbessert. Laufen jetzt auch um die 3D-Beschleunigung? Das funktioniert schon seit Gnome 3.6. Ach so, ah, okay. Hier sieht man auch mal einen Screenshot von diesen Classic-Gnomen. Und ja, damit werden dann wahrscheinlich auch ein paar von den Gnome 2-Forks so ein bisschen ermüden, nehme ich an. Genau, also ob die dann noch notwendig sind. Ich glaube hier, Brian hat darüber geschrieben, nicht? Brian Landung von der Linux-Action-Show hat darüber geschrieben. Er hat auch eine sehr krasse Meinung dazu. Also in Teilen gehe ich da mit, aber man muss ja nicht mit allen mitgehen. Ja, und noch vieles mehr, unter anderem auch, und das habe ich halt, dafür gibt es natürlich hier keine Screenshots, auch Cloud-Unterstützung gibt es. Ah, okay. Die haben das halt wie als diese Gnome Online-Accounts, die gibt es hier schon länger. Dann werden die Kalender damit auch immer synchronisiert. Genau, was genau da alles so noch schon funktioniert, aber mindestens die Dokumentenablagern, das wird funktionieren. Okay, schön. Das wird mindestens funktionieren, nehme ich an. Ja, dann gibt es natürlich noch ein anderes, schönes, großes Release, wo viele lange darauf gewartet haben. Das ist Ador. Ah, Ador. Genau. Wird der Ton in unserer Sendung dann auch besser? Der ist eigentlich schon ziemlich gut, oder? Wenn unser Techniker mit 3G schon gut umgehen kann, ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn schon reden hören darüber, was er so alles viel besser findet. Unter anderem die MIDI-Unterstützung, die wir jetzt in der Sendung nicht brauchen. Okay. Ja, er macht ja auch privat noch Musik und findet diese MIDI-Unterstützung natürlich klasse. Man kann richtige Synthesizer dann Software einladen und die mit MIDI steuern. Okay. Dann, was ich sehr viel besser finde, ist, man sieht hier zum Beispiel auch diese, gerade in diesem Screenshot hier, diese Händler, die sind etwas größer geworden. Man kann sie jetzt leichter hin und her bewegen. Also, das finde ich immer schön, wenn so kleine Kleinigkeiten so verbessert werden. Mal ganz nett. Die haben das ganze Interface so ein bisschen aufgepeppt. Genau. Das ist alles, was ich sagen kann dazu. Das ist wesentlich übersichtlicher. Hier sieht man auch ein bisschen was von dem MIDI-Teil, in dem MIDI-Teil. Das sind hier klassische Tonspuren. Hier hat jemand ein Schlagzeug-Set aufgenommen und arrangiert dann halt alles, wie man das eben so kennt. Der Mixer ist auch komplett überarbeitet worden, wenn ich mal so sagen darf. Es gibt nicht mehr dieses, das vor dem Effekt und nach dem Effekt, sondern man hat einen Fader und den kann man einfach hin und her ziehen und kann immer entscheiden. Man muss nicht immer das so komisch, man müsste das alte halt sehen, um das jetzt zu sehen. Müsste man das, ja. Dann das gesamte Routing, das, was man auch für MIDI sehr häufig braucht. Also das hin und her ziehen der Audio-Streams. Genau, das ist jetzt integriert. Man braucht also nicht mehr das Kuti-Jekyll CTL mehr benutzen. Dann auch sehr neu das Monitoring im Mixer mit drin. Und das fühlt sich dann halt mehr wie ein echter Mixer, ein Hardware-Mixer dann an. Also vom Verhalten her. Okay. Ich glaube, irgendwie die Anwendung von echten Hardware-Mixern soll auch so ein bisschen besser geworden sein. Genau, es gibt halt direktes, vorbereitetes Mapping für MIDI-Geräte. Okay. Das ist viele MIDI-Geräte, die sehr beliebt sind, schon kennt und man nicht nach jedem Tasten-Klick auf seinen MIDI-Controller gleich gefragt wird, mit was willst du denn das Mapping was sollten. Die musste man vorher so einstellen und jetzt hat man, okay. Genau, und das ist jetzt, da gibt es halt schon Presets, genau. Also viele andere Kleinigkeiten unter der Haube neben den optischen Verbesserungen. Von VST-Plugins ist die Rede. Sind das die, die viel von proprietäre Software verwendet werden? Unter anderem, aber es gibt mittlerweile auch schon viele freie VST-Plugins. Genau, die dann auch auf andere Formen. Und sozusagen neben den Lazbar-Plugins gibt es diese VST, die ist VST-Vormann, okay? Genau, die Lazbar-Plugins, insbesondere die von Calv, wurden halt optisch auch... verbessert. Okay. Vereinheitlicht auch. Wenn man den traditionellen Modus anzeigt, kann man sich auch so diese Vorschau anzeigen, wie sich das auswirken würde, im Frequenzband, der Bereich. Also sehr, sehr nett. Also da hat sich viel getan. Ja, das ist zum Beispiel hier ein Beispiel von proprietären VST-Plugins, die hier mehr oder weniger... Okay, kann man also auch reinklemmen jetzt, schön. Ja, konnte man vorher auch, aber jetzt mehr und verbessert vereinigen. Aha. Ja, und dann gibt es noch mehr oder weniger Trauer-Nachrichten, oder wo wir nicht wissen, was das bedeutet. Genau, ja, also wir wissen es wirklich nicht. Also, ihr C.Freenode, da haben wir ja unseren Channel auch. Ach, ich hänge da in ganz vielen Channels rum und du, glaube ich, auch. Und ja, die Dachorganisation von Freenode löst sich auf. Angeblich ändert sich ansonsten nichts, bis auf diese formale Sache und der Umgang mit Geld. Also man kann dann auch nicht mehr so richtig an diese Dachorganisation spenden. Und der Blog-Eintrag hier vom Steffa, der ruft einfach eigentlich dazu auf, einfach wie bisher weiterzumachen. Und dass Freenode demnächst halt nur noch von Freiwilligen und nicht mehr von bezahltem Personal lebt. Ob das funktioniert oder nicht, werden wir sehen. Ja, es gibt ja noch so ein paar andere Projekte von Freenode nicht. Also das Geeknik oder so, darauf bin ich auch hier erst aufmerksam geworden. Und ich glaube, das müssen wir noch mal featuren. Soweit für heute. Genau. RetroShare in unserer verteilten Episode wollen wir darauf natürlich auch noch mal eingehen. RetroShare ist ein verteiltes, ja, mittlerweile so ein bisschen fast soziales Netzwerk. Also es ist eine verteilte Applikation, um alle möglichen Daten und Kommunikationssachen auszutauschen. Warum eigentlich Retro? Retro, ja, haha, gute Frage, woher kommt der Name? Ist, glaube ich, so richtig gar nicht erklärt auf der Seite, aber RetroShare, weil ich würde sagen, das ist, das funktioniert so, wie, wie das Internet mal gedacht war. Das hat auch einen ganz schön langen Bart, finde ich. Das hat einen ganz schön langen Bart, ja. Wie das Internet mal gedacht war, ja, also es hat keine zentrale Autorität, es ist, alle Menschen können irgendwie Informationen reinstellen und kommunizieren untereinander, ohne dass irgendwo eine Seite dazwischen ist. Insofern Retro, insofern Retro, als dass es sich an alten File-Sharing-Protokollen orientiert, wie BitTorrent oder Casa oder sowas. Insofern Retro, als dass es einige Arten zu kommunizieren wieder zurückbringt, wie, ja, so Kommunikation, wie ich es im Usenet gemacht hatte für den Benutzer. Sowas ähnliches habe ich dann halt auch nochmal. Und an sich ist es gar nicht, also die Software wird schon eine Weile entwickelt, seit 2006 ungefähr. Genau, und wenn ich mir die Features so angucke, klingt das auch für mich nicht so alt, sondern eigentlich nach nur noch viel Arbeit, die man seit 2006 eben da reingebracht hat. Genau, ja, RetroShareSourceForge.net, die bauen schon Pakete für alle möglichen Distributionen. Für Debian Stable gibt es ein Paket, für Testing müsst ihr selbst kompilieren. Das war die erste Qt-Applikation, die auf meinem Debian auf Anhieb durchkompiliert hat. Zeigt man den Client? Genau, zeig mir einfach mal. Also wirklich taugend tut leider nur die Variante mit grafischem Interface, muss man dazu sagen. Die Idee ist erstmal, das ist ein Friend-to-Friend-Netzwerk. Also ich schwere nicht einfach Daten mit fremden Leuten oder sowas. Und ich habe halt meine Identität und muss erstmal meine Freunde adden, bevor ich mit denen Sachen tauschen kann. Genau, also ich habe hier als genug Wunst auf dem Rechner schon den Erik, unseren Techniker und Grafiker und Designer. Den Produzenten und den vergesst ihr immer, wenn ihr uns schreibt, nämlich genau. Und natürlich auch den Paul schon geändert. Der ist jetzt hier away, weil er natürlich neben mir sitzt und an seinem Rechner ist. Der hat quasi einen PGP-Key geschickt. Genau. Eine Freundesanfrage geschickt. In etwa so, genau. Also die Leute tauschen dann ihre PGP-Keys aus. Alle Kommunikation, alle Kommunikation ist ganz obligatorisch verschlüsselt. Es gibt so Chat-Features. Vielleicht können wir ja mal den Erik anschatten. Ja, lassen wir es mal machen. Ja, nee, du musst auf den Nick-Dop-Hate klicken. Ja, ich glaube. So einfach ist das. Oh, da sind schon Testnachrichten drin. Also wir haben Avatare. Okay. Was haben wir hier jetzt im Prinzip so ein bisschen, diese erste Seite beschäftigt sich so ein bisschen mit Schlüsselverwaltung und Freunden und Identitäten. Und was ganz interessant ist, ist zunächst mal ist das Netzwerk geboren aus einem File-Sharing-Netzwerk. Deswegen ist das zweite Tab, sind gleich Dateifreigaben und Uploads, Downloads. Also ich kann halt Dateien komplett hashen lassen, indizieren, online stellen. Und zwar kann ich das so machen, dass nur meine Freunde bei mir Dateien runterladen können. Oder man kann auch sagen, Dateien sind, ich kann nach Dateien suchen über die Verbindung von anderen Freunden. Also dann kann ich über mehrere Hops eine Datei ziehen. Das ist eine Art Relay. Genau, Relay. Danke. Und das ist ganz hübsch, weil ich kann auch wirklich einstellen, welcher meiner Freunde jetzt irgendwie relayen darf und welche nicht. Kannst du mal zeigen. Also hast du irgendeinen Download-Upload laufen? Ich glaube gerade nicht. Aber das Schöne ist, das funktioniert halt wirklich wie BitTorrent. Also man zieht Dateien, die im Netzwerk mehrmals vorhanden sind, dann auch von mehreren Leuten gleichzeitig, wenn diese Leute im eigenen Freundeskreis sind. Chatlobbys sind so die Funktionen, die dann irgendwann hinzugekommen ist. Ich würde mir die Chatlobys so ein bisschen vorstellen wie ein IRC-Kanal. Vollverschlüsselt. Also alle Nachrichten sind halt digital signiert und verschlüsselt. Und das hier ist halt ein Chat für viele Leute. Also dann gibt es die Nachrichten. Das ersetzt im Prinzip E-Mail. Bei den ganzen Funktionen, du hast PGP sind oft genannt, also GPG und Nachrichten-E-Mails. Kann ich da eigentlich sogar meinen E-Mail-GPG-Schlüssel eigentlich dafür verwenden, um hier teilzunehmen an diesem Netzwerk? Ja, kann es sogar. Also beim Erstellen der Identität, wenn man den Client das erste Mal startet, dann wird man gefragt, ob man nicht schon eine Identität importieren will. Und diese Identität ist eigentlich nichts anderes als ein Standard-PGP-Schlüsselpaar. Und da kann man auch den E-Mail-Schlüssel nehmen. Muss man dazu sagen, in der Regel möchte man das gar nicht, weil wenn ich mit E-Mail via PGP kommuniziere, dann ist die Idee dahinter ja schon so ein bisschen, dass ich meinen Klarnamen nochmal bestätige mit meinem Schlüssel. Und in RetroShare ist man, würde ich sagen, von der Benutzung her eher pseudonym unterwegs. Also möchte vielleicht eine Identität benutzen, die von der eigenen E-Mail-Identität nochmal getrennt ist. Je nachdem, zu welchem Zweck man das nutzt. Also man kann natürlich RetroShare auch, warum nicht, auch geschäftlich nutzen, um E-Mails auszutauschen. Ist jedenfalls mitunter einfacher als Verschlüsselung für E-Mail-Klienten einzurichten. Weil hier ist Verschlüsselung immer obligatorisch. Also bevor ich, wenn ich schon daran denke, wie oft ich Probleme hatte mit Java-Klienten und dann benutzt einer OTR und der andere PGP. Und hier gibt es halt einen ziemlich klaren Weg, wie sowas gemacht wird. Ich finde hier Kanäle sehr interessant. Das ist für mich so eine Art Pinnwand. Im Prinzip ja. Und wir denken sogar so ein bisschen darüber nach. einen Gnufunst-Kanal zu machen. Wir wissen noch nicht so ganz, wie wir das anstellen. Also Kanäle sind eine Kommunikation, naja, wie man das auf YouTube kennt. So einer zu vielen oder wenige zu vielen. Also in den Gnufunst-Kanal dürfen jetzt wir drei im Prinzip Content einstellen. Und jeder im Netzwerk kann es sehen. Jeder im Netzwerk, der mit uns über irgendeine Verbindung gefremdet ist, muss man dazu sagen. Während wir aber den Schreibenden Zugriff zum Beispiel begrenzt haben auf unseren engen Freundeskreis. Guck mal, jetzt können wir auch mal diesen Download zeigen. Ah ja, genau. Und dann sieht man auch, wie das miteinander verknüpft ist. Also ich kann an jede Mail, die ich schreibe, an jeden Blogpost und so weiter, kann ich immer ein File-Attachment hängen. Und dieses File-Attachment ist im Prinzip nur ein Link zu dem Hash-based File-Sharing. Also jetzt sieht man auch, hier sind zwei Gegenstellen da, nämlich Eriks Klient und mein Klient. Also nicht mehr so anonym im Moment zumindest. Das wissen wir. Ja, wir wissen nicht, welcher welcher ist. Du weißt nicht, welcher welcher ist. Nee, was viel interessanter ist, du weißt gar nicht mal, ob die Dateien tatsächlich von uns kommen oder ob die von unseren Freunden wiederum kommen. Denn da steht Anonymous F2F Tunnel, also das ist der Friend-to-Friend-Tunnel. Das könnte also sein, dass jemand anders im Netzwerk, den André gar nicht kennt, diese Dateien hat und die einfach über uns gerelaid werden. In dem Fall kommt die Datei von uns, na klar. Was gibt es noch? Foren, das ist das, was so ein bisschen ans Usenet erinnert. Jetzt könnte man auch sagen, PHP BB. Also ich habe Foren-Threads, ich kann auf einzelne Nachrichten antworten und das wird alles öffentlich angepinnt. Das gibt es auch wieder in Form von öffentlichen Foren und privaten Foren. Und auch hier kann ich wieder Dateien anhängen, wie man es vielleicht aus dem Usenet auch gewohnt ist. Und die Dateien sind aber auch nur links in die schon bestehende File-Sharing-Cloud. Also das läuft alles über diese Infrastruktur. Aber ich kann zum Beispiel, ja ich glaube bei den Kanälen, was ja auch so bei den Kanälen, kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte Content grundsätzlich runterladen, wenn er irgendwo im Kanal auftaucht. Bei den Foren macht das nicht so viel Sinn. Ich habe so ein bisschen Plugins in RetroShare. Also das steht vor allem im Protokoll bereit. Aber zum Beispiel gibt es dann ganz, ganz viele Aufsätze, die halt noch reinkommen können. Zum Beispiel die, ja klickt mal da drauf. Also wenn ihr euch das installiert, nehmt um Himmels wehen, das englische Interface Verknüpfungswolke. Das ist eine etwas unschöne, eine etwas holprige Übersetzung von Link Cloud. Genau, also bestimmte Sachen hätten nicht unbedingt übersetzt werden müssen. Hier geht es darum, Weblinks einfach in einen Port zu werfen und weiter zu verteilen. So ein bisschen wie Reddit. Feed Reader, ich glaube der Client hat mittlerweile sogar so ein Gateway, um irgendwie RSS-Feeds in die RetroShare-Wolke zu blasen. Und was auch ganz nett ist, ist eigentlich dieser Punkt erste Schritte. Also wenn ihr euch den Client runterladet, was ihr alle machen solltet und wir werden schauen, dass wir irgendwie so ein bisschen uns dann fremden können, dann hilft euch das dabei tatsächlich, euch untereinander zu verknüpfen damit. Also eigentlich irgendwie die nächste Stufe vom Web, würde ich sagen. Wir sind nicht mehr abhängig von zentralen Seiten, sondern wirklich verteilte Kommunikation. Genau, und in der Masse der Features wüsste ich auch nicht, mit was ich jetzt im Speziellen vergleichen sollte. Auch im Vergleich zu anderen dezentralen sozialen Netzwerken, die es da noch so gibt. Genau, das ist echt schwer, das so zu fassen. So ein bisschen soziales Netzwerk, aber es ist ein soziales Netzwerk für Leute, die Torrent kennen oder Torrent gut finden. Gibt es denn eigentlich noch Clients für andere Oberflächen, wie zum Beispiel GTK oder Webinterface? Da ist es so ein bisschen eng gerade. Also es gibt diesen grafischen QT-Klienten. Okay, was man dazu noch erwähnen muss, in der Referenzimplementierung ist auch eine Headless-Version dabei. Auf der kann man zum Beispiel anfangen, ein Webinterface aufzusetzen oder so. Gibt es bisher aber nicht. Es gibt keine andere Implementierung bisher als diese hier. Und wirklich bedienen kann man halt bisher nur den grafischen Klienten. Und was ein bisschen ärgerlich ist, wenn man die Headless-Version, also wenn man nur die Headless-Version benutzen möchte und die bauen möchte, auch die hängt ab von einigen QT-Bibliotheken für, ich weiß nicht wofür, ich glaube für Netzwerkzugriffe oder so. Also man zieht sich nochmal eine ganze Menge QT-Abhängigkeiten da rein, selbst in der Headless-Version. Das modernste Feature übrigens hier, nochmal gegen das Retro, was du sagen, finde ich persönlich die Neuigkeiten, weil hier mehr oder weniger von allen Sachen, die man da sieht, alles schön zusammengefasst, die Events und alles, was so reinkommt. Stimmt und das beweist eigentlich schon, dass hier jemand ein soziales Netzwerk im Hinterkopf hatte, ja. Ich finde, das fasst das alles schön zusammen, dieses Retro-Share. Und vielleicht haben wir durch unseren Beitrag vielleicht auch jemanden den einen oder anderen angestichelt, hier was zu entwickeln oder teilzunehmen. Also ich fände es toll, in nächster Zeit ein bisschen mehr damit zu machen und vielleicht auch mal mehr als drei Buddies zu haben da drin. Und davon liebt das Netzwerk ja nicht. Jo. Ich habe da auch gleich eine Frage. Kannst du mir die Bitcoins von heute Morgen mal zurück überweisen? Ähm, hoffentlich. Wie Leap mit Kommandozeilen-Klient. Ja, genau. Genau, also wir haben da mal was vorbereitet. Genau, Bitcoin hat den Kommandozeilen-Klienten und den benutzt man im Prinzip immer dann, wenn man irgendwie einen Webservice oder sowas darüber dafür schreibt, indem man Bitcoin verwendet. Und ja, man startet einmal den Bitcoin-Demon, der im Hintergrund läuft und der Rest ist RPC. Also ich lese nochmal vor, Bitcoin die Send to Address, danach kommt meine Adresse. Da könnt ihr mir ruhig auch noch was hinsenden. Wir verdienen ja nichts an, wenn du funzt. Also Spendengaben angenommen. Und dahinter eben der Betrag, den man senden möchte nicht. Oh, Feuer mal ab. Oh, Transaction-Fee wieder. Okay. Genau. Na los, 0,005. Mach mal eine 2 dahin, dann probieren wir das mal so mit Gebühr. Ha, da hast du was gesendet. Du kriegst, genau, also was man zurückkriegt über dieses RPC-Interface ist die Transaktionsnummer im Bitcoin-Netzwerk. Und hier in meinem Klienten, das kann sein, dass der gerade nicht richtig online ist, deswegen kommt hier noch nichts an. Ja, im Prinzip habe ich dann gleich mal in meinem Android-Wallet wieder das Gate. Also das ist jetzt so ein bisschen hin und her gelaufen, nicht? Dann hat die Sendung heute 0,005 Bitcoin gekostet. Genau, da seht ihr mal, wie wir uns für euch ins Zeug legen. Und wir legen noch einen oben drauf. Wir hatten ja einen Contest letzten Monat gehabt für Wayland-Screenshots. Leute, wir sind nicht zufrieden mit euch. Wir haben keine zufriedenstellenden Screenshots bekommen. Wir wollen einen neuen Anreiz liefern. Neben dieser Suse-CD, die wir für euch signiert haben, hier nochmal zu sehen, legen wir noch einen drauf. Ich habe hier noch so einen Button, so einen Gain-to-Button. Ich kann leider nicht sagen, wie alt er ist. Aber ich glaube, auch mal beim allerersten Besuch beim Berliner Linux-Tag habe ich den eingesammelt. Und den lege ich oben drauf. Das ist auch ein schöner Kontrast zur Suse-CD. Also wir wollen weiterhin Wayland-Screenshots haben, weil wir glauben, dass Wayland dieses Jahr groß wird. Oder spätestens 2015. Naja, die ersten Distributionen fangen natürlich anders zu adaptieren. Also ja, doch, das steht noch. Und wir werden jetzt in jeder Sendung ein bisschen was drauflegen. Genau. Ansonsten hoffen wir, dass es euch heute wieder gefallen hat. Und wir sitzen auch jeden nächsten Monat noch hier. Oh ja, das dauert immer ganz schön lange. Ja, ja. Dann macht's gut. Mhm. 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 Untertitelung. BR 2018